Hallöche meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Factorio in der dritten Folge jetzt schon. Oh, da ist ja ein Monster. Da fängt auch gerade die Folge an, was ist denn das? Kann ich halt meine eigene Sachen kaputt machen? Ne. Ich schieße, ach ich kann gar nicht schießen, wenn da gar keine Monster sind, das ist ja perfekt. Das ist gut. Ach ich bin ja doof, was habe ich denn hier gebaut? So, da werden sich wahrscheinlich Leute noch aufgeregt haben in der letzten Folge. Was hast du da gebaut? Das funktioniert doch gar nicht. So, dann kriegen wir da auf jeden Fall unser ganzes Eisen. Das ganz Eisen sammelt jetzt hier und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn für so eine, so einen Erzförderer. Ganz viele Eisenplatten. Dann bauen wir davon mal gleich eins, super. Komm, wir stellen uns einfach mal hin und drücken F. Haben wir schon genug Geld? Wie braucht man denn sowas? Kupferkabel? So. Was kommt da raus? So, was brauchen wir noch weg? Kupferkabel? So. Na ja, natürlich brauchen wir ganz, ganz nur noch Kohle hier. Warte mal, ich baue das nochmal so hier. Dass es hier auch jemanden gibt, der Holz bräuchte. Kann man das abbauen? Ja. Dass es jemanden gibt, der noch hier Kohle wegnimmt. So, dann wird hier auch ein bisschen darf. Ah ne, das ist der falsche. Nein. Die mag ich nicht. So, und damit kann ich doch jetzt Kupferdraht herstellen. Wie viel braucht man denn? Eine Kupferplatte braucht man dafür. So, dann klauen wir die da mal raus. Kiste holen wir auch noch. So. Da kriegst du natürlich auch Kohle. Natürlich klar. Diese Pistole wird sich nicht alle aufhalten können. Ich sollte eine Maschinenpistole herstellen. Das ist eine gute Idee. Guck mal mal. Was haben wir denn hier in der Maschinenpistole? Oh, nein. Geh weg. Machen die gerade mein Zeug kaputt? Versuchen die mein Zeug kaputt zwar? Oder kommen die da nicht durch? Ich gucke. Gibt es da nicht eine Karte? Ah, hier gibt es eine Map. Ach ja, da bin ich oder was? Anscheinend, ja. Ne, das ist doof. Ich habe gedacht, wie ist es dann besser so? Gut, ich denke, ich habe nur alle Materialien, um ein Radar zu bauen. Vorher wollte ich noch so ein Ding bauen. Radare untersuchen die Umgebung. Je mehr du davon hast, desto schneller wirst du das Schiffsrack finden. Sie verbrauchen viel Strom. Es stelle deswegen eine ausreichende Energieproduktion sicher. Gegner können deine Radare angreifen. Du solltest sie mit Geschütztürmen schützen. Ich gucke hier mal eine Mauer bauen hier. Benutze Radare, um das umliegende Gebiet zu untersuchen. Gut, ich denke, ich habe nur alle Radare. Alle Dings beisammen. Ne, hallo. So. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal ein Radar. Geschütztürm. Komm, bauen wir erstmal zwei leichte Rüstungen. Wo ist denn hier ein Radar? Das hier. Okay, da brauchen wir einfach viel Eisen. Haben wir doch. So, dann bauen wir noch ein Radar. Eine Maschinenpistole. Was brauchen wir hier? Ganz viel Eisenplatten. So. Jetzt gucken wir erstmal den. Wo baut man denn so ein Radar am besten hin? Weiß nicht, ich bau jetzt einfach mal hier. Geschütztürm hin. Von da unten werden sie ja nicht kommen. Dann baue ich hier auch noch einen hin. Ach, und die brauchen dann... Brauchen die normale Magazine? Weiß jetzt nicht. Gucken wir gleich mal. Der Radar ist gebaut. Der braucht viel Strom, gell? Du kannst mehrere Waffen ausrüsten. Die aktuell ausgewählte Waffe wird mit einem grünen Hintergrund markiert. Du kannst eine andere Waffe mit Tab auswählen. Die Waffe muss aber Munition haben. So, Fortschritt im Sektor-Scan. Scan ist jetzt hier mehr... Hier? Scan ist da jetzt mehr? Hm. Weiß nicht, mal schauen. So. Ach, ich kann ja von mir selbst nehmen. Ach, das kann da rein. Perfekt. Dann tun wir einfach mal ein bisschen Ding rein. Und mit Tab... Hä, ich möchte die... Ich habe noch mit Tab, kann ich hier... Benutze Radar, um das oben liegende Gebiet zu untersuchen. Genau, das fängt ja mit dem neuen Sektor an. Hat das da jetzt irgendwie... ...mehr aufgedeckt oder so? Nö, immer noch so. Hm. Na ja. Wie mache ich das wieder zu? So. Ach, guck mal da. Oh, das Ding ist aber leer fast. Ich kaufe jetzt erstmal so eine Rüstung und dann die ganze Zeit noch... ähm, Ding. Benutze Radar, um das umliegende Gebiet zu untersuchen. Montagemaschine. Stellt Gegenstände aus bis zu zwei Bestandteilen her. Ach, damit kann ich das automatisch dann... ...herstellen. Was brauche ich denn für Munition? Zum Beispiel. Nur Eisenplatten. Das wollen wir mal ausprobieren. Warte mal. Ich hole erstmal wieder ein bisschen Kohle. Was brauche ich dafür? Eisen. Gucken wir mal. Ach, ich... Ach, jetzt weiß ich... Darum kann ich nicht wechseln, weil ich... Was ist das hier? Eine andere Waffe? Pistole? Ich habe da noch, ähm... Munition muss da rein. Dann hat die auch da extra gestanden. Das mag ich gar nicht benutzen. Kann ich das weghauen? So. Nee, andersrum. So. Jetzt mag ich, dass du Munition herstellst. Kiste hätte ich auch noch gerne. So. Eine Kiste noch. Ach. Da kann ja gar nichts herkommen. Wer hier braucht ja noch ein bisschen Kohle. Gibt es hier nicht mal solche, die kein Ding brauchen? Ach, das muss ich erforschen, stand da doch, glaube ich, oder? Einführung. Bonusse. Züge. Noch keine Bonus-Erfahrer. Produktion. Hm. Wie kann ich denn... Erforschen stand doch da? Ähm... Killer-Statistik K. Forschungs-Menü. T. Drück mal K. Kills. Fünf... Eine Minute. 22 Kills habe ich schon gemacht. Okay, drück mal T. Geht gar nicht. Hey, ich wollte es erforschen. Scheint so, als müssen wir erstmal hier die... Sachen hier scannen. Komm, bauen wir ein paar Radare noch. Hm. So, funktioniert das hier mit dem... Ach, guck mal. Perfekt. Die Geschütztürme ballern da oben schön. Das finde ich gut. Hat das Ding jetzt gerade weggemacht? Nö. Oh. Hui. Hat der keine Mun... Der wurde kaputt gemacht. Und mein Radar. Was? Oh, oh. Gut, der sammelt hier aber Munition. Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, die Elektrizität hört auch langsam so auf. Also ich... Die geht gerade ein bisschen runter. Geschützt. Habe ich die Rüstung eigentlich gebaut damals? Nee. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen meine... Eisenproduktion erhöhen. So. Machen wir auch sofort. Oh, mein Haus. Dort. Und... Kohle auch ein bisschen. So. Den Baum tue ich aber weg. Den auch. Das ist Stein. Kann ich den auf einmal weghauen? Ah ja. Perfekt. Oh. Was? Was mache ich jetzt? Oh, oh. Heizkessel und neue Offshore-Pumpe vielleicht. Ah ne. Ach, hier hat einfach Kohle gefehlt, oder? Ach, hier hat einfach Kohle gefehlt. Ach, weil der hat das immer vorab klaut. Jetzt habe ich so eine Kack-Pumpe wieder gebaut. Wie ist denn die Elektrizität? Okay. Das liegt echt hier, weil die ganze Kohle geklaut wird. Dann mache ich das mal raus. Wie sollte ich die Kohle produ... Oh, oh. Nein, mein neuer Radar. Ich muss hier echt den, den Geschütz... Ah, ich habe da noch einen. Warum habe ich den denn nicht hingebaut? Ah, super. Mein Radar. So. Ich hätte jetzt mal gerne ein bisschen Eisen. Dann erhöhe ich nämlich hier ein bisschen meine Kohlenproduktion. So. Okay, und dann... Müsste das doch hier eigentlich laufen, oder? Ah, die Folge ist ja gleich vorbei. Sehe ich gerade. Aber die mit... Das scannt ja schöne Sek... Ähm... Dingsbums. Dieses, äh... Sektoren. Das finde ich gut. 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 dann läuft das ganze jetzt da drauf ach das muss noch davon was abnehmen ach ne kiste habe ich noch direkt mal noch schnell egal brauchen wir sicher noch genug kisten dann baue ich doch mal den geschützt für ein bisschen höher hier genau die kohle läuft hier gut ich kann jetzt doch hier ein bisschen was abstauben einfach an kohle ich weiß nicht ob er mir da alles klaut ne ich glaube das müsste so funktionieren so jetzt brauche ich mal eine rüstung auch noch so funktioniert das doch alles ist es doch voll geil macht voll spaß ach guck mal da kommen wieder gegner jetzt habe ich aber neuen geschützt um mich verstärkt ihn hier mal ein bisschen der krieg noch ein nachbarn ach ja wir haben ja unten noch ganz vergessen magazin wird es selbst hergestellt da muss ein bisschen kohle noch rein hole ich mir hier raus weil da kann ich das nicht irgendwie so machen genau also wenn das so voll ist dann soll da keine kohle mehr reingehauen werden perfekt so hier gebe ich mal ganz viel eisen dann kannst du da mal ein bisschen magazin herstellen aber das let's play macht bis jetzt schon mega spaß hat die rüstung doch gebaut oder hat er schon hingesetzt ich hatte ja schon eine na egal die scheint ein leben zu haben also kann kaputt gehen dann ist das doch okay und die kriegen kein eisen mehr wirklich ab ich glaube ich verstärkt ist hier einfach noch mal hier kommen auch ein paar mehr schürfe dann hin auf die andere seite kann man ja so mauern und so bauen das kann man nicht noch alles bauen holzer das müssen wir jetzt nicht bauen lampe ich glaube das ist ganz cool wenn es dunkel ist aber die brauchen natürlich auch elektrizität dann lockieren wir mal ein bisschen unser bereich das können wir hier alles gut verbinden das finde ich super brauchen die eigentlich die brauchen keinen strom das finde ich cool die geschütztürme das finde ich echt cool na gut jetzt würde ich aber sagen ich bedanke mich für die nächste folge ich bedanke mich fürs zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge wieder vielen dank fürs zuschauen und bis dann tschau